Meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 2 mit Mr. Sick und SickRick. Moins, hallo. Und ne frischen Fexer. Genau. Und nicht nur ein frischer Fexer, denn es ist auch ein frisches Update. Ein frisches Minecraft. Ja, ein frisches Minecraft. Frisches Update 1.0 ist jetzt, es ist schon ein paar Tage draußen. 1.9? 1.9, hab ich gesagt. Hab ich 1.0 gesagt? Ja, ja, ja. Das hat man jetzt akustisch nicht so verstanden. Oh Gott, der hat 1.0 gesagt. Hängt ihn auf den Marktplatz! Das ist natürlich 1.9. Und zwar können wir vieles neues machen. Direkt würde ich da klein viel drüber erzählen. Aber es ist mega geil, finde ich. Wir können jetzt richtige Wege machen. Jo. Wenn wir hier einfach mit der Schaufel mit Rechtsklick auf die Grasblöcke gucken. Leider geht es bloß bei den Grasblöcken. Wir können richtig geile Wege jetzt machen. Das fetzt mal voll, Alter. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir uns schubsen können. Können Sie jetzt schubsen? Ja, das ist nämlich wieder mit eingehen. Wir können uns wieder blockieren. Wir können uns im Weg stehen. Das, was wir am besten können. Uns gegenseitig im Weg stehen. Genau. Oh, ja. Ey, das gab es ja schon mal und das habe ich übel vermisst. Das hast du vermisst? Okay. Ja, ich finde das absolut genial. Da muss ich im Weg stehen. Das gehört einfach dazu. Weil man einfach sich träumen kann. Und man sich halt selbst fühlt. Man spürt sich ja selbst erst. Man hat ja manchmal das Gefühl gehabt, man ist ein Geist. Ja, das stimmt, wenn man so einen durchgeklickt ist. Ja, weißt du? Weil man so durch einen durchgegangen ist. Guck mal, wir haben auch jetzt so eine zweite. Wir haben jetzt hier noch so eine Schildhahn sozusagen. Da können wir jetzt zwei Sachen reintun. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier. Ja, Alter, guckt mal, was ich für einer bin. Hier haben wir zwei Schwerter und jetzt können wir noch switchen. Zack. Voll geil. Also du kannst jetzt wirklich hier mit zwei Schwertern rumrennen. Oh oh, es wird dunkel. Das halt auch wechseln. Und ja, so eine Anzeige sehen wir jetzt hier noch. Guck dir, so eine Anzeige. Weil jetzt kann man nicht mehr wie hier Wache oder so einfach auf die Leute drauf rein. Zack, 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 zack. Sonst muss ich immer diese Anzeige hier aufnehmen. Man kann halt einfach kein Buttonsmashing mehr betreiben. Sondern man muss tatsächlich. Kann man schon auch weniger Effekt. Es hat, ja, hat weniger Sinn. Sondern am meisten Schaden macht man dann, wenn die Anzeige am meisten voll ist. Fäckst du? So sieht es nämlich aus. Was möchten Sie? Huh? Huh? Bitte? Huh? Das Schild. Das wollte ich gerade noch bauen, genau. Er hat das Schild schon gebaut, Rick. Ist jetzt auch neu irgendwie. Dafür ist eigentlich die Schild dann da. Ich baue das mal fix. Boah, kann ich die mal ganz kurz hauen? Jo. Darf ich das mal ganz kurz hauen? Null Schaden. Null? Null. Aber das Schild geht kaputt. Das Schild geht kaputt, ja. Wie, äh, kannst du das Schild mal nochmal zeigen und ich würde mal kurz draufhauen die ganze Zeit und gucken, wann das kaputt geht? Ja, ich zeig das Schild doch. Oder was meinst du? Achso, bei mir jetzt nicht. So, jetzt können wir hier in Fight. Ja. Das ist voll geil, das Schild. Schwimmig kämpfen. Ich verarschen. Schwimmig kämpfen. Ich hab dann doch Leben verloren, ja. Irgendwann hab ich doch Leben verloren. Wahrscheinlich, weil du mich dann in der Ecke getrieben hast oder so. Nimm du mal das Schild. Alter, wie lange hält denn dieses Schild? Also, wie viel hält das denn aus? Das hat lange gehalten. Hast du jetzt meins genommen, Fexer? Ne, ich hab jetzt noch eins gebaut für die Crowd hier, für die Community. Aber ich seh hier keins. Ach doch hier. Weil meine, meine sind hier, meine Items sind nicht alle da. Nimm mal vor, das Schild. Ja, ich hab außerdem welche genommen. Ja, hab ich schon, hab ich schon. Okay, ich muss einmal re-loggen, meine FPS sind wieder am Arsch. Hey, jetzt hab ich dich aber getroffen. Jetzt hab ich dich aber getroffen. Ja, aber keinen Schaden gemacht. Hä, hast du das Schild grad vor dich? Äh, vor dir? Ja. Echt? Ja, ja. Jetzt ist ein halbes Herz mir abgezogen. Ja, das müsste gleich wieder da sein, oder? Ne. Na lol. Oh, guck mal, die haben auch neue Schalter jetzt gemacht. Die sehen winzig aus. Cool. Ja, das ist ja nur eine neue Textur. Ich denke, das ist aber dem Texture Pack eher zu schulden, als dem Update. Der böse ist Texture Pack. Und wir haben neue Tür-Sounds. Guck mal, neue Tür-Sounds, hör mal. Ähm. Weil mir fehlt einiges. Wir haben neue Tür-Sounds. Weiß es denn? Ach, ich weiß nicht. Seine Rüstung? Kann natürlich auch sein, dass die... Ne, ich hab nix. Ich hab nix aufgesammelt. Puh. Bin noch nicht mal reingegangen. Der wärst das Werkzeug etc. Ich hab vorhin noch Eisenschaufel gehabt und sowas. Oh, hier ist ein Ambuss gedroppt. Ja, genau. Wie hat dich das Feiern mit dem Weg, Jungs? Das Schräge, das ist... Das Schräge kannst du übrigens einfach mit Holzblöcken reparieren. Ich muss meine Rüstung reparieren. Rüstung? Man kann nämlich auch jetzt irgendwie, wenn deine Sachen kaputt sind, kann man die jetzt mit seinen XP irgendwie mein Trick auch, äh, wieder reparieren mit seinen Erfahrungspunkten. Konntest du doch vorher schon? Ja. Nein. Ähm, durch bloßes Schwert in der Hand halten und Erfahrungspupel aufsammeln. Achso, das reicht. Du musst da gar nichts machen. Ich glaube aber das ging nur mit einer bestimmten Verzauberung. Ich mach grad mal nen Weg zum Portal so ein bisschen. Ähm, Fexer? Ja? Für dich vielleicht die Info, dass, ähm, dass wir den G-Mod auch schwer gestellt haben. Okay. Also jetzt halt, ne? Also deswegen bin ich bei dem Enderman nämlich auch verreckt. Die Wege feiern statt, aber es geht halt nur auf Gras, ne? Bei seinen passiert da nichts, oder was? Ich weiß es nicht. Probier's mal aus. Naja, geht nicht. Hier geht wieder was. Und das feierst grad mit dem Schild und alles. Ja, das ganze Battlesystem ist komplett... Über den Haufen geworfen. Ja. Es ist mal wirklich, es ist jetzt mal wirklich Taktik im Spiel auf Deutsch gesagt. Ja, ja, na vor allem, wenn du, wenn du halt überlegst, dass die ganzen PvP-Events... Die sind jetzt komplett neu designt sozusagen. Ja. Ey, das ist cool. Ich kämpf grad gegen, gegen Skellet. Du machst sogar mit ner Axt mehr Schaden, ne? Als mit nem Schwert. Ja, aber dafür kannst du nicht so oft hauen, ne? Aber dafür ist das langsamer, genau. Ja. Uh, ich kämpf grad gegen Skelette und die tun mir Aua. So, wir gucken mal noch. Wenn du in die Hocke gehst, bevor du mit nem... Wow. Ey, okay. Wenn du in die Hocke gehst... Vielleicht hab ich übertrieben mit dem Schwierigkeitsgrad. Wenn du in die Hocke gehst, bevor du schlägst, machst du eher so nen Roundhouse-Kick, weißt du? Dass du so mehrere Mobs mit einmal zurückschlägst. Dafür kriegt aber jeder einzelne weniger Schaden. Ähm, haben wir hier unten irgendwie ne Holzkiste? Da haben wir viel Holz irgendwo. Viel Holz, wir haben einen Haufen Holz in der Holzkiste im Lager. Holz, 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 Holz. Ich find die Holzkiste nicht. Hier ist die Holzkiste. Ja, es gibt auch neue Steine. Und zwar aus dem Neto... ne, im End und so. Och, das ist... Färben, violette Steine und so weiter. Lol. So, ich guck jetzt mal einfach was hier. Ich will jetzt mal langsam mit dem Dachbau anfangen von der Menschen, dass die irgendwann mal vielleicht fertig wird. Ich krafte jetzt richtig stupide unser Eisentod, ne? Das wisst ihr. Ja. Müssen dann wieder farm gehen. Können wir ja machen. So, ich baue jetzt mal hier ein bisschen Nedergelumpe, weil wir wollen das Dach mal fertig kriegen. Der Rick, der möchte es nämlich vereinfachen. Das Problem war ja beim letzten Mal... Ich möchte einen Turboofen bauen. Das Problem... Das Problem war ja beim letzten Mal, dass wir halt viel mehr Neder brauchen... Brauchst du Hilfe? Dass wir viel mehr Neder brauchen... Ich übertreibe es grad ein bisschen. Dass wir viel mehr Neder brauchen, als wir brennen können. Was sagt der Fexer? Dass wir viel mehr Neder brauchen... Irgendwas mit Neder. Hört sich schön an wie meine Deutschlehrerin, Alter, ey. Dass wir viel mehr Neder brauchen... Was brauchen wir? Dass wir viel mehr Neder brauchen, als wir brennen können. Das wird auch nicht langweilig, ne? Ey, der hört sich grad echt an wie meine Deutschlehrerin. Alter, die sind ja aus wie uns und Kunst hier. Was wollt ihr hier? Geht verpisst euch, macht euch Schäme. Verpisst euch. Ich seh jetzt den Fexer beim Sterben zu. Ah! 35 Level! Also... Ich gesteh ja ungern Fehler ein, wenn ich ehrlich bin. Aber dass ich die Schwierigkeitsgrad nach oben geschoben hab, war übel übertrieben. Das ist... A way too heavy. Alter! Leute, wir haben kein Eisen mehr. Ich brauch mehr Eisen. Äh, geh farm, Alter! Und... Und... ZICK, Alter! Ich brauch Gold. Ich seh's zwar nicht, aber ich weiß es. Lass den Fingern von meiner Vorherspuppeln! Was? Lauter. Dann bleib wir da drinnen. Du klaust die immer. Ich hab das schon beobachtet. Ich klau die immer. Ich hab das beobachtet. Ich hab das beobachtet. In allen Folgen. Ja, du bist wie ein Nazi, Alter. Ja, ja. Jetzt komm wieder mit der Nazi-Keule. Ist doch so. Behauptest du irgendwas, was nicht stimmt? Na klar. Ich hab's doch beobachtet in den ganzen Folgen. Na klar. Hitler hat auch so einiges gesehen, was nicht wahr ist. Oh, der war deine Nazi-Keule, wenn du nicht mehr willst. Das ist der Wahnsinn. Hä? Was ist denn los? Fechser. Immer. Hab ich jetzt meinen Nederstein. Das war das Wichtigste. Ich wollte... Wo waren wir eigentlich stehen blieben? Genau. Weil wir können gar nicht so viele Bräder produzieren. Alter, hier ist ein Enderman. Ja, ich will nicht mehr raus. Kannst du jetzt mal umstellen? Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, dass hier ein Enderman ist. Kannst du jetzt mal umstellen? Die stehen hier vor der Tür. Ich geh nicht raus. Ach du Scheiße. Ich steh jetzt Mr. Sick beim Sterben zu. Alter, ich kann den End... Ich muss an dem Enderman vorbei. Ja, sollen wir das kurz noch wieder umstellen? Ich hab Bogen. Meinet Wagen? Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zu Minecraft Season 2. Warte, ich hab das schon einmal gemacht. Kann ich euch jetzt raus... Raustrauen, ja? Ich hoffe... Weil hier ist... Hier ist ein Skeletor. Ich probier's... Trotzdem. Ich... Ich... Ah, scheiße! Ah, scheiße! Mann! Jetzt schreit denn der so. Du hast das gar nicht umgestellt. Jetzt hab ich unter 7 FPS. Doch! Also was ist denn da los? Ich muss mich schon wieder... Connecten, neu connecten, bis gleich. Alter. Weiler geht's. Das ist nicht das Geräusch. Wuh! Also ich glaube das hat nicht wirklich funktioniert mit dem Schwierigkeitsgrad umstehen. Okay. Doch ich glaube schon. Na boah das Skelett alter das hat ja hier. Enderman nicht gucken. Doch. Da ist es wieder. Rick da ist es. Da ist es. Was denn noch? Doch doch doch. Die Schwierigkeitsstufe ist wieder normal. Was ist wo? Bei uns. Das Skelett. Also Mr. Sigmach hat es geklärt. Alles klar. So wo waren wir denn stehen geblieben? Ich wollte jetzt eingesperrt. Ey klau nicht meine Witze. Was? Ich wollte das Dach anfangen weil da waren wir stehen geblieben. Genau weil. Und jetzt halt das Maul. Weil erzähl mal. Weil wir ja. Oder wie hätte ich das bei uns gedacht. Wir können halt. Wir brauchen. Ach man. Das ist schon wieder alles. Wie zu spät heute. Hier fängst du. Ich hab dir noch was aufgenommen. Was denn? Oh hier ist es glatt gelaufen. Schuhe und Rüstung zum Blödsinn. Was hast du? Schuhe. Ach Schuhe. Achso. Ich hab wahrscheinlich. Ich hab nen Stuhl aufgehoben. Du hast Stuhl ja. Rick. Hatte ich heute schon Stuhl? Ja. Guck mal. Ich hab hier irgendwie noch mehr Sachen. Ich hab hier noch einen Eisenbrustpanzer. Ich hab hier. Bogenstärke 1 noch. Gehört denn jemanden? Von euch? Keine Ahnung. Ich hab nichts. Achso. Ich hab hier noch ein Schwert. Bitte? Ich hab hier noch ein Schwert. Ein Eisenschwert? Ja. Das ist nicht meins. Ich hab meins. Ich nehm eins. Ich hab nämlich keins. Und es gibt kein Eisen mehr. Wo bist denn du? Im Jura unten im Keller? Wo ist denn jetzt der? Unter dir. Wixer. Du hast übrigens keine Hose mehr an. Doch. Ein Schlöpfer. Du kannst dir jetzt nicht mehr so oft hintereinander schlagen mit in meinem Update. Schlöpfer ist keine Hose. Alter, diese Folge ist so sinnlos. Was denn sonst? Du bist sinnlos, Alter. Deine Mutter ist sinnlos. Pexer, hast du 14 Öfen vorbereitet? Fotzen. Ne, die ist schön unten in der Küche. Was ist denn noch los bei euch? Ich hab irgendwo Öfen gesehen, ja. Wo waren die drinnen? Warum haben wir denn eigentlich kein Eisen mehr? Na, weil der Rick alles verbraten hat für seine, für seine Notgeile. Vorbereitet. Für was denn? Für den Turbo-Automatikofen. Ach du bist, ey. Ey Leute, das ist übelst scheiße, wenn wir jetzt nicht mehr da wegschlagen können. Warum? Na, weil das scheiße ist. Nö, ist gut. Scheiße, das reicht nicht. So, ich wollte, also wir kommen mit der Nachproduktion des Nedersteins nicht hin, weil wir mehr, weil wir mehr verbauen, als wir brennen können. Und deswegen baut der Rick jetzt einen Multifunktionstisch, äh, Ofen. Er würde, würde gerne einen bauen, aber hast du schon gehört, der Idiot hat wieder kein Eisen. Ach Rick. Warte, was heißt denn der Idiot? Ihr habt zu wenig gefahren. Was? Ja. Ich hab hier noch Eisen gefunden. Du bist wohl nicht mehr ganz Banane, mein Freund. Oha. 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 Und das reicht schon wieder nicht, haben wir noch mehr Neder? Das ist doch nicht alter Neder hier. Es wird, es wird definitiv nicht reichen, glaube ich. Alter, das sind gerade mal zwei Stacks von Nederziegelsteinen, äh, Treppen. Da brat mir doch einer ein Storch. Wie? Jetzt sind wir schon wieder mit Störchen, ey. Weiß auch nicht. Brat denn. Warum denn? Weiß nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall anfangen, aber ich werd bestimmt nicht fertig. Ich hab vier Öfen, ich brauch noch ein paar mehr. Deine Mutter braucht mehr Öfen. Hat er das gerade gesagt? Ja, ja. Wie hieß der, wie ging dieser Spruch mit diesen, ähm, Braten in der Röhre? Nee. Braten in der Röhre. Der lacht ja. Der lacht ja. Der lacht ja. Das ist Bänder, der. Heiße Angelegenheit musstest du gemacht, Rick, ja? Na, Öfen. Du hilfst mir. Du hast wohl noch keinen, ich mach das Dach, Alter, dass hier nicht mehr reinregnet. Hat sich ne Braten in der Röhre gestoppt. Äh. Stoppt. Gestoppt. Stoppt. Rick. Ich hab nen Braten in der Röhre. Ich bin ein Bär. Hä? Was? Oh, was ist denn heute los? Die Folge, die ist witzig. Drogen. Drogen. Drogenzelt. Drogenzelt. Oh ne, jetzt hab ich zu viele Öfen gemacht. Ah. Weißt du, Rick, wir haben kein Eis mehr. Nee, warte mal. Wir haben so viel fucking Öfen, ja? In der Küche. In der Menschen. Ja, ich hab jetzt zu viele gemacht. Egal. Reicht dir das nicht? Was machst du jetzt in den Öfen? Beschreib das doch mal. Na, du kannst ja mitkommen. Ich baue. Ich fange jetzt an mit bauen. Na, ich muss da aber hier das Dach bauen, sonst wird das doch nie fertig. Mein junger Freund. Ja. Ja. Was? Ja. Ähm, ich überlege auch, wo wir den Automatikofen hinbauen. Wir wollten doch hier oben auch noch einen Ausgang machen, oder? Wo haben wir denn eigentlich, ach so, da haben wir gemacht. Wo wolltest du einen Ausgang machen? So einen Hinterausgang, ähm, hier aus der ersten Etage heraus. So, klar, Alter. Was? Wo? Warte, ich komm jetzt mal hier. Lass mal Papa kommen. Aus der ersten Etage raus auf den Berg hier. Hier zum Beispiel. Ach, das wolltest du tun? Irgendwo wollten wir hier mal eine Tür bauen. Na, dann machen wir das doch und dann baust du das doch hier irgendwo auf den Berg. Aber wie bauen wir denn hier eine Tür rein? Wir machen jetzt einfach... Wir machen jetzt ein... Wir machen jetzt hier einen Gang rein. Am Ende des Ganges? Ach komm, Alter. Am Ganges? Ach komm. Naja, das ist doch jetzt mittlerweile wirklich 2007, Alter. Jetzt ist schon älter, Alter. Der Gang ist oder der Witz? Wir bauen jetzt hier einen... Der Gang ist und der Witz. Ich komm irgendwie nicht hinterher. Wo seid denn ihr gerade so gedanklich? Am Ende des Ganges. Am Ganges oder was? Was ist denn da schon wieder lang? Also wenn wir noch Alkohol... Nein, dann egal. So, wir bauen jetzt hier lang. Also wir bauen hier Freirig. Ich hab aber leider gerade keine... Hab ich eine? Ne, ich hab keine. Keine Spitzhacke. Doch, ich hab eine Mutter. Jeder hat eine Mutter. Andere Mütter haben auch schöne Techte. Haben sie nicht. Doch, hab ich gesehen. Nein. Rick, wo gehst du denn? Du hinten geh jetzt nicht. Hey, Lügenpresse. Ich mach die Türe zu. Hat einer die Tür abgelassen. Das hat doch die Türe zu. Ja, Rick, du baust jetzt einfach hier ein Loch rein. Kann ich nicht. Ich hab keine Spitzhacke. Wir haben kein Eisen mehr. Ich baue gerade Eisen ab. Okay, wir brauchen Eisen. Das kannst du gerne Eisen fahren, Alter. Aber hier, ich möchte mindestens 20 Likes für diese Folge sehen. Wo baue ich denn den Automatikofen hin? Bitte? Wo baue ich denn den Automatikofen hin? Rick, hab doch gerade gesagt. Du baust ja die Tür, dann machst du da raus und baust auf den Berg. Wo baue ich denn jetzt den Automatikofen hin? Rick! Warte mal, ich hab hier gerade so ein Superproblem. Das Skelett trifft nicht. Das Skelett trifft nicht. Das Skelett trifft nicht. Oh doch. Das Skelett trifft immer. Okay. Der ist schon mal down und du bist auch gleich down, du Sau. Aber jetzt habe ich hier... Cool, die Bögen von den Skeletten sind jetzt animiert. Ach komm, wir holen mal eine. Ich will nicht sterben, hör auf jetzt. Die sind animiert, sind nicht schon immer animiert? Nee. Jetzt hab wir ja auch ihren Bogen. Die sind echt schwierig gerade. Von dem. Du wolltest von einem Skelett erschossen? Du bist echt ein Noob, ne? Nee, ich hab vorher ja mit Creepern und Zombies gekämpft. Ja, ja. Jetzt muss ich wieder ansatz. 35 Level, ich wollte verzaubern die Folge. Mann, ey! Warum hast du das denn nicht gemacht? Ja. Wieso? Der Zombie hebt mein Zeug auf. Spinnt der? Der hat mein Zeug aufgehoben. Klauschwein. Klauschwein, du. Klauschwein, du. Du vorhin hast manche überfacht, du. Klauschwein. Hier sollen dir manche bezahlen, die will ich aber nicht nehmen. Aber es geht ja nicht anders. Das Skelett. Der Zombie hat gerade das Skelett angegriffen, weil der Skelett den Zombie angeschossen hat. Wir haben ja kein Eisen mehr. Und die haben sich gegenseitig gekillt. Echt? Ja, das war jetzt interessant. Ach hier, Rick, hast du mal geschaut, ob deine Hühnerdings wieder geht? Äh, ob die jetzt funktioniert? Natürlich, die haben doch, die haben doch, die haben doch funktioniert. Das hat denn da nicht funktioniert. Wie, Rick, das doch umgestellte, dann hat's doch funktioniert. Der hat doch was rausgekommen. Die alte Version hat da, die alte Version hat da nicht funktioniert. Kommt, ist hier jetzt alles rausgekommen. Na, musst du mal gucken. Na, 24 gebraten hab ich jetzt mal raus. Und 64, da steckt es noch drinne, zwei Eier, 64 Pfedern plus 27 Pfedern extra. Da siehste, da funktioniert das Ding da jetzt diesmal ganz gut. Ja. Also diese Brotfarben müssen wir dann noch? Ja, die Brotfarben gibt's dann auch noch, ja. Ja, nice. Was ich auf jeden Fall bauen wollte, war so eine automatische Erntemaschine. Also so, mit Wasser. Mit Wasseranko? Ja. Ganz old school. Zombie, komm her, komm ich, ich kill dich. Können wir uns eigentlich mal so einen Golem irgendwann zu den Menschen setzen? Jo. So ein Eisengoolem? Der da unten so rum. Ja, da brauchst du aber Eisen für. Der aber so rum. Der da so unten rumjungelt. Das wäre voll Laser. Deine Mutter jungelt. Deine Mutter. Mit Tarzan jungelt sie zusammen. Hallo. Durch das Untergebüsch. Was? Was ist denn da schon wieder los? Ach, meint mal, setz dir die Treppe vorfällt. Ich find das echt seltsam gerade. Ich find's grad. Ich mach danach, da steht da auch ein Mammutbaum in der Mitte. Päuski, Päuski, Mensch. Da lässt er ihn gucken. Das ist ja. Die Brotrakete. Die Brotrakete. Die Brotrakete. Ich mach mal, sie ist weiblich. Oh. Ich baue den Automatikofen jetzt hier hinter die Tür, sagst du, Fexer, ja? Rick, was machst du denn jetzt? Ich baue jetzt den Automatikofen, den Superautomatikofen. Wohin? Na, hinter die Tür. Hinter welche Tür? Na, die, die noch nicht da ist. Genau. Weil wir keine Spitzhacke haben. Doch, ich hab jetzt eine. Ich bin ja jetzt außen rumgedacht. Ja, ich mach jetzt auf, gucke. Ich bin ja dabei schon gestorben. Hier bin ich, hallo, grüß Gott. Ja, nice. Hast du da eine Tür reingestellt? Noch nicht. Müssen wir erstmal ein bisschen klar sein. Ich mach doch nicht die ganzen weg, oder? Ich mach nicht alle weg. Noch ein paar. Ach, du machst die so enger, meinst du? Hm? Das ist ne gute Idee. Ich mach die enger. So ist jetzt mal die Folge rum, oder was? Ich hab keinen Bock mehr. Was? Was? Wie viel müssen wir noch aufnehmen? Du bist so ein richtiger Hurensohn, weißt du? Was ist mit dir los, Alter? Freu dich das mal wieder Minecraften. Das ist überhaupt nicht möglich, Alter. Wir müssen auch heute nur drei Folgen aufnehmen, weißt du? Weil wir in Überproduktion sind. Überproduktion! Und der Typ flimmt immer noch rum. Ich habe keine Zeit, du hast ein Scheiß hier. Geh doch nach Hause! Wer hat doch mal erwachsen, Jungs. Nein, ich bin Peter Pan. Und Peter Pan hat einen Boller rumgeschnippelt, du. So, wir verstecken sich hier Holz herum. Die Keiten lassen sich hier. Ja, alles. Egal, die Kei. Alles erwischt. So, haben wir hier noch irgendwo eine Tür? Bei Holz oder so? Ich will eigentlich mal das. Ich komme nicht voran. Hier sind wir nur am Scheißen lauern heute. Ja, weil du nur Mist machst. Jaaaa, du Alter. Ne? Ja, was? Jetzt hat er hier die Tür öffengelassen. Ich hole doch gerade eine Türe! Was ist denn? Graue Zähne. Graue Zähne! Ach nee, ihr seid schon ganz schön behindert im Kopf. Fehlten. Das weißt du aber nicht erst weggehört. Ich nicht. Du bist mega behindert. Hast du eine Spitzhacke-Effeksel? Ja. Wollen sie sie haben? Mach mal bitte den Block hier weg. Den hier neben der Tür. Das ist nämlich eine Treppe. Und unter das Fenster da hier? Ey, ich habe gerade extra Steine geholt, Digga. Ich hatte noch welche. Ich habe die nochmal reingesetzt, schonmal. Nice. Nice. Weißt du was wir brauchen? So, wie heißt deine Falle? Weißt du was wir brauchen? Nee, ich muss sich andersrum stellen. Weißt du was wir brauchen? Ja, wir brauchen hier Erde. Guck mal. Von manchen. Wir brauchen hier Erde. Wir müssen das nicht mal füllen. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Ich wollte sowieso noch Erde holen. Ich wollte sowieso noch Erde holen, weil ich brauch die zum Hochbauen, um mein Gerüst zu erstellen und dadurch dann die Decke zu machen. Mit der Badewanenwand herum. Oh ja. Mit der Badewanne. Mit der Badewanne. Das ist richtig schön. Wir können zusammen scratchen gehen. Aufgeben. Wah, roh, 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 roh. Was ist denn da schon mal rührlich? Traum. Traum. Sumpf. Traum. Sumpf. Das versteht wieder keiner Nee, ist doch gut so Das ist so ein Insider hier Masupilami, kennt ihr den noch? Oh, das war die schrecklichste Kinderserie Ich fand die mega scheiße Ich fand die mega Ich fand die immer anstrengend, aber wir mussten es halt damals gucken Wieso musstet ihr es damals gucken? Nee, das klang so als von dir so Ja, weil ich immer beim Rick war und der die immer geguckt Echt jetzt? Ja, ich hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine Kindheit Gern Fernseher Du hast keinen Fernseher gehabt? Nee Du hast damals schon Nee, geht nicht Du hast damals schon? Nee, gab noch kein Internet, wo wir Kinder waren Nee Doch Nee, ja doch Das gab es schon, aber das gab es nicht Aber nicht für den Masken gebraucht Nee, nur für NASA hat das nicht Und ich hatte Internet seitdem ich 17 bin Was? Du hast das schon Internet gehabt? Ja Da hatte ich erst noch ein cooles 56k-Modem Also über Telefonleitung und so Vor 40 Jahren hast du das schon gehabt? Das glaube ich nicht Das Ding ist nämlich schon ganz, ganz alter Und dann hatte ich eine 1-Mbit-Leitung Das war so einer der ersten Nur wie, Rick Wer hat die immer noch? Was? Du auch Das sind mindestens anderthalb Ähm So, Erde Okay Nee, oder? Mach ich das so? Jump around, jump around Wie viel Eisen brauchst du denn generell? Oder wozu brauchst du denn das ganze Eisengrad? Nö, der Eisenmangel hat ja Also was brauchst du denn damit? Trichter Trichter, okay Und wie viel Eisen pro Trichter brauchst du? 5 5 Und wie viel Trichter brauchst du noch? Ähm, ich sage es dir gleich Warte Ich habe Ähm, ich brauche noch Also ich habe 25 Ich brauche noch 28 29 Und hier sind wir wieder Herzlich willkommen bei Zählen mit Rick Also 32 Hopper brauche ich noch Und ich habe 25 Ich brauche noch 7 Hopper Und die 20er Flanschmüffel Splint Hopper sind diese Trichter jetzt, ja? Genau Mit so einem seitlichen Faltenabzugsknie Mit Klinkerabgang zum Doppelstäubler Weißt du, wie viel hast du? Und Doppelnippel Ich brauche noch 7 7, okay Das haben wir mittlerweile wieder zusammen Habt ihr schon mal Blut im Stuhl gehabt? 35 Eisen Ja, ich habe 62 Grad Nice Okay, wir sind noch am Folgenende Es tut mir übelst leid Und ich würde gerne euch noch weiter mitnehmen hier beim Dachbau Aber nächste Folge ist erstmal Die Leute sind froh, dass ihr abschalten könnt Genau, nächste Folge ist nämlich wieder SICK Und dann sehe ich noch wieder, wie ihr irgendwas abbaut Bis dahin Und zum nächsten Mal Und niemand sieht, wie ich das Ding hier baue, ne? Ja, das siehst du nicht Das dauert doch noch ewig, dein Zeug Aber Das müssen wir direkt mal ansagen Ich habe ein Tutorial vorbereitet Und das seht ihr in der Folgenbeschreibung Verlinkt Natürlich Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal